Heute geht es um das Thema Multi-Invest. Da bekommen in der letzten Zeit sehr viele Anfragen. Leute schließen hier Edelmetall-Sparpläne ab, die eine Laufzeit haben von teilweise 20 bis 30 Jahren. Die merken, dass das ganze Geld, das eingezahlt wird, nicht auf den Edelmetall-Sparplan zugeht, sondern auf die Provisionen, kündigen die Verträge und wundern sich, wenn sie trotzdem die komplette Provision zahlen müssen und fragen deswegen an, weshalb. Die Verträge sind so aufgebaut, dass die Provision zuerst von den Raten bezahlt wird, wie hier in diesem Beispiel, wird eine Provision fällig von 2.980 Euro und wird bespart mit 99 Euro, also knapp 100 Euro. Das heißt, der muss erst mal 30 Monate Provisionen bezahlen, bevor irgendein Geld in den Sparplan fließt. Jetzt kommen natürlich viele darauf und sagen, das kündige ich, weil es ja nichts bringt und wundern sich, wenn sie per Anwalt angeschrieben werden und trotzdem die Komme volle Provision bezahlen müssen. Es setzt sich zusammen aus den Abschlusskosten in dem Kleingedruckten. Das heißt, dass es zwei getrennte Verträge sind. Einmal den Edelmetall-Sparplan plus den Rückvergütungs- und Abschlusskosten-Sparplan. Das heißt, der wird immer fällig, ob der Kunde den weiter einbezahlt oder kündigt. Für uns ist das eine Mogelpackung. Diese Verträge werden nur abgeschlossen, um Provisionen zu kassieren und die Leute werden definitiv nicht darauf hingewiesen, dass zuerst die Provision bezahlt werden muss und hier 30 Monate Provision in einen Vertrag fließen, ohne Geld angespart zu haben. Wir können nur dringend davon abraten, weiter solche Verträge abzuschließen und wir werden uns auch darauf bemühen, dass hier rechtlich dagegen vorgegangen wird. und wir werden uns auch darauf�� Fournilie mit dem Verkaufeln und den Wörtern mit dem Vertrag fließen und den Bezüge mit dem Verkaufeln aus dem Verkaufeln und den Wörtern aus dem Verkaufeln